Ich glaube, das würde sehr cool werden. Ich hätte Bock, ich rede gerne mit den Leuten, ich feiere gerne mit den Leuten, ich tanze gerne mit den Leuten. Das macht natürlich umso mehr Spaß, desto näher man an die Leute rankommt oder desto schlechter sie ihn weg können. Deswegen wäre das, glaube ich, echt lustig. Ich glaube, da möchte niemand weg. Übrigens, schöne Grüße auch schon mal von all den Usern, die auf Joystier-Live gerade eingeloggt sind. Piephahn schreibt mich gerade, dass du deine Haare sehr, sehr schön hast und Hashtag total toll. Total toll, aber mit der Intimität wird es dann schwierig, wenn du mit Mia und Fanta 4 auf Tour gehst, oder?